ARD Text im Auftrag von Funk Toll! Wir haben ne Kotzi. Mit schon einmal roter Kotze. Okay. Hier ist ein Totem. In der Ecke am Wasserturm. Da seh ich sie schon. Ich dein Ernst, dass die das jetzt gesehen hat. Die denn? Ganz viel Herzschlag, aber sehen kann ich nicht. Ich war auch gerade auf dem Hügel. Die ist bei der Pillarscheck. Ist jetzt bei euch oder was? Bei mir nicht. Ich mach gerade das zweite. Ich chill. Also das bei dem Brunnen jetzt so... Diese weißen Partikel da drin, die sind aber auch neu oder? Gab es vorher nicht. Ich hab vorher... Ich hab seitdem noch nen Seen. Aber noch kein Grund. Jetzt kommt sie wieder hin. Äh... Killercheck, glaub ich. ... ... ... ... jetzt beginnt der erste chase ich folge mein erstes ist vorbei es ist vorbei Ah jei! Ah jei! Du bist so n Jeiger. Hehehe. Du fängst dich dann noch an zu jodeln, pass auf. Jalalalogi! Also... Jodlja-wam-wam-wam-wam-wam-wam-wam-wam-wam-wam-wam-wam-wam-wam-wam-wam-wam-wam-wam-wam-wam-wam-wam-wam-wam-wam-wam-wam-wam-wam-wam-wam-wam. Oh oh... Na ja! Na ja! Na ja! Da fang ich jede Form nur! Jai hat vorhin gesagt, sie hat nen Vogel. Ja auch! macht das ich muss eigentlich mit neuen gegenstand ich muss einfach nur mit dem land kommen olio 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 hey du warst langsam gut wer ist denn hier entgerannt ich willst den kill abnehmen für mich Dö. Wie sind denn jetzt die Jens schon gemacht? Rechts und links. Woll! Und hier hinten. Ja, ich weiß doch noch. Dann ist alles okay. Warte hoch! Auge. Warum schließt die Leute denn kaputt? See you later. Later, later, later. Oh, sie lässt mich. Hat sie dich verloren? Sie lässt mich in Ruhe. Yeah, nimm! Oh, oh. Jetzt holt sie sich. Blutkotze, oder was? Juhu. Oh, ne, aufgrund der 2 habe ich sauber keine Lust. Haha. Oh, du hast auf in Ruhe. Däi. Häuck. Oh, oh. Okay. ich bin nicht vergiftet es ist ein anfang und ich habe trotzdem schiene ich habe eigentlich die toolbox dabei nicht gut ist und habe sie nicht einfach benutzt ich für mich gerade schlecht du musst du willst mir nicht zufälligerweise deine toolbox geben dass ich meine daily schaffen doch ich kann sie dir gehen ja wenn die aber so irgendwo ein tor offen ja nach da hinten wo gibt es doch mal an bevor wir jetzt da wieder rüber geht so weit wie es geht auf kann dir sogar noch zeitweiten kannst du uns sehen nein ja klar kann ich sehen wir sehen dich kann ich jetzt ein fenster kann man rüberklettern und da hinten ist ein tor das offen ist ja ja auf 990 ja okay hast du einen neuen gegenstand ja klar denn es war so großzügig und hat mir sein gegeben okay sonst hättest du meinen brauner kiste haben können oh hier ist die luke am anderen tor direkt soll man rausgehen die laufen hier nirsch blinke 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 die haben wir Oh yeah, Daly! Geschafft! Vielen Dank! Ihr seht genau so rum. Immerhin, 500 Punkte mehr haben oder nicht, ne? Denn es rollt noch, gleich stirbt er instant, weil der Killer Blutwächter hat. Wie cool der Blutwächter haben wir noch nie draußen, sind auch so weiter wie ich sag. Das fliegt halt sehr viel.